Der ein oder andere erinnert sich vielleicht, dass ich vor langer, langer Zeit mal Domino-Ohrringe gemacht habe. Die haben jetzt alle so eine hübsche Verpackung bekommen und ich möchte euch jetzt die einzelnen Päckchen zeigen, welche Ohrringe da drin sind. Ich nenne sie Domino-Ohrringe, weil die Grundlage dieser Ohrringe Domino-Steine sind. Ja, genau, diese Spielsteine, ich habe sie gekauft in schwarz und dann mit Papier überklebt, Löcher reingebohrt, um dann die Schmuckhaken befestigen zu können und habe sie dann noch schön mit Glitzersteinchen oder anderen Dingen verziert. Die Ohrhaken und die Ringe sind vermutlich nicht nickelfrei. Ich weiß es nicht genau, weil nichts auf der Verpackung stand. Deswegen werde ich sie in meinen Davanda-Shop auch als Modeschmuck eintragen und bitte nur kaufen, wenn ihr keine Empfindlichkeit gegen irgendwelche Metalle habt. Das Papier, das ich hier für die Ohrringe und auch für die Verpackung verwendet habe, ist von Die Cuts with a Few. Das war der Neon Chic Papierblock. Ja, die ersten Ohrringe waren jetzt in diesem rosa-schwarz-Zepra-Look. Jetzt habe ich hier noch rosa-schwarz-Leoparden-Look. Hier habe ich mit einer Paillette noch verziert, also unter dem Glitzerstein ist noch eine Paillette. Ansonsten der gleiche Aufbau. Die Papiere sind alle ganz glatt und sind nicht versiegelt oder so. Ich habe ein Paar dabei, wo ich ein Lack drauf gemacht habe. Das kommt gegen Ende, das seht ihr dann. Jetzt habe ich hier noch ein rosanes Paar. Die Ohrringe sind alle nicht identisch, also man sieht es hier ziemlich deutlich, dass links und rechts sich unterscheidet. Ich finde aber gerade das sehr interessant und ich habe auch zwei Paare dabei, wo ich diese Unterschiedlichkeit noch extremer hervorgehoben habe. Sie sind halt alle sehr ausgefallen. So, das waren jetzt alle gepunkteten Päckchen. Jetzt habe ich drei Zebra-Päckchen. Das sind dann jetzt schon die Paare, die ich sehr unterschiedlich gemacht habe. Die habe ich jetzt hier aus mehreren Papieren und mit Glitzerband. Und das sind halt einzelne, ich sage jetzt mal, Stationen. Auf der Rockseite mit diesem Glitzerband verziert. Und hier auf dem zweiten Ohrring ist das Papier genau andersrum angeordnet. Also die Punkte unten genau entgegengesetzt halt. In dem nächsten Zebra-Päckchen habe ich auch nochmal solche asymmetrischen Ohrringe. Auch hier habe ich wieder mit so einem Glitzerband gearbeitet. Der Glitzer geht übrigens nicht ab. Es ist sehr gut da eingearbeitet. So, und das letzte Zebra-Päckchen. Ich habe sogar noch ein drittes Paar, die so arg unterschiedlich sind. Hier habe ich dann halt mit unterschiedlichen Farben gearbeitet. Einmal in Orange und Pink und einmal in Lila und Gold. Grüne Glitzersteinchen fand ich sehr passend. Die Rückseite hat dann auch wieder dieses goldene Glitzerband. Und hier habe ich dann auch wieder dieses goldene Glitzerband. Und hier habe ich dann mit calmen. Und hier habe ich dann auch wieder dieses Goldeneillen. habe ich dann auch wieder gegenseitig. Und jetzt auch noch ein bisschen was meiner Augen gehört. Das ist ja auch immer wieder. Und dann kommen wir jetzt zur letzten Variante. Das sind die Päckchen hier in diesem hellen Lila mit diesen bunten Farbklecksen. Und hier sind jetzt blaue Ohrringe dran. Die habe ich mit schwarzen Herzen verziert, die ich aufgemalt habe und so einem Silberglitzerbändchen. Die Rückseite habe ich ganz anders gestaltet. In schwarz mit blauen Farbklecksen. Diese hier sind ohne Glitzersteinchen. In dem zweiten Päckchen habe ich dann das... Ach nee, das sind die grünen. Einmal in grün. Das ist so ein helles Grün und mehr so ein Gelb. Auch mit grünen Glitzersteinen. Und dann ist hier in dem letzten Päckchen das Paar, das ich mit einem Lack überzogen habe. Zum einen sind hier weiße Sternchen drauf. Und das hier ist jetzt mit dem Lack überzogen. Ich weiß nicht, ob man es gut erkennen kann, aber es glänzt schon sehr. Die Rückseite ist nicht lackiert. Und ganz glatt. Außenrum habe ich dann halt dieses silberne Glitzerband. Ja, so kann man es ganz gut sehen. Ja, und all diese Ohrhänge werden in meinen Devanda Shop eingestellt. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich danke euch.